Nein, 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 nein. Ihr kriegt mich nicht. So, erstmal helfe ich dem da. Ähm, Balken, füll dich. Da drüben ist einer, der ist natürlich richtig scheiße. Ah, verdammt, wir sind, glaube ich, alle außer Gefecht. Wow, höchste Anzahl von Kills, Michael. Höchste Anzahl von Special Kills, yay. Hey, seit hat es nichts gebracht, weil wir, naja, nicht bestanden haben. Okay, ähm, wir starten nochmal den Überfall. Auf jeden Fall, geil, macht richtig fun. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch schaffen, irgendwie. Oh, so, be right. Sind wir die gleiche mehr dabei? Same to be, t-b-a-b-e? Same to be oder sowas? Nova und, okay, Nova nicht mehr. Nova hat die Konnektivität verloren. Tja, kommt bestimmt jemand Neues. So, das hier brauchen wir nicht. Lässt sich aber auch nicht vorspielen. So, der Verräter in den eigenen Reihen. Ich hoffe, wir können es ihn dieses Mal büßen lassen. So, los, 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 mach die scheiß Tür auf. Oh, hinterher, hinterher. So, wir haben Chains bei der Botschaft. Wir haben einen NPC mit dabei. So, der hier wird verfolgt. Ah, da kommt der Skyninja. So, auf der Foreign Avenue sind wir aktuell gerade. Kann ich die hier? Ja, kann ich. So, wir haben eine Geißel. So, vorwärts jetzt, vorwärts. Jo, ich gehe nach vorne. Ah, nachladen. Ich muss nachladen, Jungs. Da kommt der Nächste. Keine Ahnung, oh, äh, was? Wo ist er denn jetzt? Er versteckt sich doch da hinten, oder? Okay, vorwärts, Jungs. Kommt. Da ist Skyninja. Da ist Babel. Und wo ist der andere? Ah, da drüben. Okay, jetzt sind alle da. Perfekt. Kommt man hier eigentlich rein? Nee, kommt man nicht, ne? Das heißt, dass in ein Gebäude reinzugehen ist unheimlich schlecht. Bäm. Gegen die Mauer. Runter, ihr Pisser. Achtung, wir haben... Gegenwehr. Ups. Ja, du Besor, wenn ihr nicht runtergeht, kann ich auch nicht so führ, wo ihr davor steht. So, kommt. Ah, nicht schon wieder Zivilisten. Gut, der Sivan ist definitiv kein Zivilist. Das da auch nicht. Kommt der da. Kommt, vorwärts. Boah. So, wieder eine Geißel. Der ist tot, der taugt doch nicht mehr viel als Geißel. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Du hast einen Zivilisten getauscht. Der tauschpreis 10 Sekunden. 10 Sekunden für was? Wenig Munition, verdammte Axt. Okay, wir brauchen Munition. Ich stelle hier meine Munitionstasche hin. Au, 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 au. Okay, jetzt. Erledigt sie. Ah, ich glaube schon. Okay, ich gehe mal hier auf die linke Flanke. Ich gehe mal vor zum Einsatzwagen. Ja, ich erwische deine Beine. Hahaha. So, zack. Ah, ich brauche Kabelwinder. Ich habe keine Kabelwinder mehr. Was war das nochmal? Tee oder was? Ups, nee. Das war der Chat. Verdammte Axt. Das ist der Chat. Nicht gut. Kommt. Wo sind sie? Wo sind sie? Da hinten, da hinten, da hinten. Ich halte hier frei. Ihr müsst nachkommen. Los. Wolf. Hey, komm mit mir. Kommt schon. Ihr müsst nachkommen. Alter. Jetzt versuchen wir nur die rechte Flanke vorzurücken. Äh. Oh, 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 oh. Okay, weg, weg. Ah. So, platt machen. Ich mache platt, was geht. Aber jemand muss mir helfen. Hilfe ist dabei. Okay. Was, nochmal einer daun? Scheiße ist das doch. Okay, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. So, Munitionstasche. So, der ist wieder da. Perfekt. Okay, ich gehe auch auf die linke, äh, auf die rechte Seite. Aber da sind wir hier 2-2 auf jeder Seite. So, kriegst du das da drüben hin? Okay, er hat es geschafft. Perfekt. Oh, der ist weg. Vorwärts, weiter, weiter, nicht stehen bleiben. Wir müssen weiter. Wir müssen, ah, verdammt. Nein, du kriegst mich nicht. Da ist noch einer. Ah, er wollte sichern. Schön, wie ihr das macht. Schön, wie ihr dem alten Dabisch helft. Ah, runter, runter, runter. Zurück, mir vor, zurück, vor. Kommt. Jawohl, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Okay. So, ich gehe mal hier rüber eben. Ach Gott, da drüben ist noch eine ganze Brigade. Scheiße, da ist... Verdammte Axt. Irgendwas passt auf. Ihr müsst aufpassen. So, das Schild. Der Schildträger ist weg. Dass ich den Toten sicherheitskräften in Mutation abnehmen kann, das ist mir nichts Neues. So, gut. Hier ist leer. Dener, dener, dener. Ja, 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 ja. Vorrücken, vorrücken. Komm erst mal hierher, hierher. Runder, runter, runter. Oh. Scheiße, ganz kurz davor. Ah, das war ein Zivilist. Verdammte Axt. So, Hammer, Hammer, Kabelgänder. Ah, ich habe keine Kabelgänder mehr. Ähm, Zivilist. Verdammt. Ich dachte, es wäre ein Bulle. Kann ich eigentlich... Achso, Mist. Ich habe jetzt ein Problem, ne? Ich habe kaum noch Munition. Oh, oh, oh. Okay, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Oh, 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 oh. Runter, runter, runter. Nachladen. So, haben wir jetzt wieder etwas. Auf der hohen Kante an Munition. Ab, 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 wo willst. Jawohl, sehr schön gemacht. Der hat sich jetzt die Munition schon gegriffen. Nein. Meine Munition. Meins. Ja. Ha, 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 ha. Nein. Kann doch nicht wahr sein. So, jetzt seid ihr gezwungen, nach vorne zu rücken. Los, kommt, Jungs. Kommt. Ich habe keine Munition mehr. Jungs, ich habe keine Munition mehr. Mist. Bane verhandelt. Getötete Zivilisten. Sechs Verzögerungen. Sechzig Sekunden. Einstieg in über drei Minuten. Ich fürchte, es hat auch aufge... Hey, linke Flanke. Babu geht nach links. Wir sind zwar etwas weitergekommen, aber es sieht nicht gut aus. Es sieht zwar etwas weitergekommen, aber es sieht wirklich nicht gut aus. Ah, drühe Munitionskiste am Boden. Das wäre jetzt das Richtige für mich. So, Einstieg in weniger wie drei Minuten. Wenn die Verhandlung endlich mal beginnen würde, wäre das mal eine echt nette Sache. Okay. Das ist keinen ja... Docken, sichern, aufhelfen. So, Bane verhandelt. Hm, ob es ihm gelingt? Ah, Zivilisten wurde gefeit. Schon wieder? Eigentlich müsste man echt mit brachialer Gewalt da vorne rushen. Aber ich glaube, das lassen die begrenzten Magazine nicht zu. Wenigstens wird bislang noch nicht mit Granaten geworfen. Ehrlich gesagt, kommt das noch? Fragezeichen? Gibt es hier Granaten? Ich weiß nicht. Lass mich mal überraschen. So. Und jetzt? Lass mich endlich frei. Wie sieht denn hier eigentlich die Statistik aus? Ich gegen das Gesetz vernichte Hunde Sicherheitskräfte, Nackermangriffe und Minen zählen nicht bei dieser Herausforderung. Oh, Minen. Neue Waffe, Mark 11. Ja, ich glaube, das könnte ich auch gebrauchen. Wir sind noch 100 Meter vom nächsten Ziel entfernt. Und so weit sieht es eigentlich echt gut aus. So, 8, 7, 6, 5, 4. Darf ich dann endlich mal wieder rein? Mein Team braucht Verstärkung. Einstieg in einer Minute. Nee, muss schneller gehen, oder? Sehr schön, wie einer sich hier über die linke Flanke barkt. Komm, ich kann getauscht werden. Das hier auf der Seite ist aber auch heftig. Vor allem, wie der sich hier reingearbeitet haben muss. Über die Straße. Und dann hier links abbiegen. Weil ich glaube, hier hinten durch die Gebäude geht es nicht, ne? Das ist sicher ein bisschen schade. Na, keiner will mich tauschen. So, ich komme gleich wieder dazu. Wo lande ich? Hoffentlich bald ist kein Nen, ja? Er macht es genau richtig. Er greift die Gegner vom Rücken aus an. So, wo bin ich? Wo bin ich? Ah, ich bin hier. Okay. So, gerade eben. Ah, da hinten ist einer. So, ich bin hier.